Hallo zusammen! Als professionelle Sprecher müsst ihr im beruflichen Alltag oft mehrere Stunden am Stück sprechen. Damit eure Stimme nicht schlapp macht, verrate ich euch nun die wichtigsten Tipps, um hierfür gut vorbereitet zu sein. Wenn ihr im beruflichen Alltag viel sprechen müsst, seid ihr sicherlich schon mal an eure Grenzen gekommen. Wie schon in unserem Video Pflege der Stimme erwähnt, beachtet bitte im Ernstfall folgende zwei No-Gos. Erstens, bloß nicht räuspern, denn räuspern macht alles nur schlimmer. Gut helfen kann hier ein leichtes Hüsteln, Schlucken und dann Trinken. Ansonsten sprecht einfach mit ruhiger Stimme weiter. Der Frosch verschwindet so langsam, aber dafür nachhaltig. Zweitens, verabschiedet sich eure Stimme völlig, müsst ihr leider das Handtuch werfen. Redet keinesfalls weiter und bloß nicht flüstern. Eure Stimmlippen brauchen jetzt sofort Ruhe, sonst sind sie auch in den nächsten Tagen nicht mehr zu gebrauchen. Jedem wird die Stimme mal rau oder fällt komplett aus. Damit dies aber die absolute Ausnahme bleibt, solltet ihr eure Stimme immer auf jeden Einsatz gut vorbereiten. Woran ihr nicht vorbeikommt, ist das tägliche Warmmachen eurer Stimme. Hierfür eignen sich ganz einfache Übungen, wie zum Beispiel das Brummen und Summen. Es bietet sich an, diese Übung gleich morgens zu machen. Es gibt auch eine extrem effektive Übung, die ihr während des Frühstücks machen könnt, die Njom-Übung. Oder die, wie sie auch genannt wird, Mir-Schmeckt-Übung. Njom. 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 Beim Viel-Sprechen ist immer das Ziel, mit möglichst wenig Aufwand zu sprechen. Warum? Weil zu viel Kraft nicht nur Verschwendung ist, sondern meist auch noch an kontraproduktiver Stelle eingesetzt wird. Ihr werft im schlimmsten Fall eurer Stimme Steine in den Weg. Abgesehen davon lautet das zentrale Ziel ein gesundes Maß an Spannung. Das heißt, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Spannung. Eine verkrampfte Kehlkopfmuskulatur kann hierbei genauso Schaden anrichten wie eine ungünstige Sitzposition. Die Kehlkopfmuskulatur könnt ihr aktiv entspannen, indem ihr regelmäßig schluckt. Dabei wird der Kehlkopf kurz angespannt und findet sich anschließend in seiner Grundstellung wieder ein. Super ist auch Gähnen, denn hierbei werden zusätzlich Mund- und Rachenraum gelockert. Ihr steht oder sitzt stolz, stabil und entspannt. Gleichzeitig bleibt ihr aber mit eurem Körper aktiv. Mit einer aktiven und angemessenen Körpersprache könnt ihr das Gesagte unterstreichen und vor allem für eine gute Körperspannung sorgen. Um eure gesunde Körperspannung von Verspannungen zu reinigen, müsst ihr eure Körpermuskulatur rechtzeitig lockern. Macht also ein oder zwei Lockerungsübungen vor jedem Sprecheinsatz. Des Weiteren müsst ihr unbedingt eure Atemtechnik im Auge behalten. Achtet vor allem darauf, dass ihr mit dem Bauch atmet. Das heißt, beim Einatmen wird der Bauch groß, beim Ausatmen wird der Bauch flach. Die Schultern und die Brust bleiben ruhig. Die Hauptarbeit bei dieser Atemtechnik, der sogenannten Tiefatmung, übernimmt das Zwerchfell. Besonders am Anfang ist es hilfreich, wenn ihr regelmäßig euer Zwerchfell mit Übungen aktiviert. Und last but not least, sprecht hauptsächlich in eurer Indifferenzlage. Kehrt nach jeder Betonung wieder dahin zurück. In dieser Stimmlage könnt ihr stundenlang sprechen und ihr klingt souverän und angenehm dabei. Das waren unsere Tipps für Vielsprecher. Macht's gut und viel Spaß beim Sprechen.